Hallo, mein Name ist Csaba Naji. Ich komme aus Ungarn und ich wohne in Deutschland. Ich tue alles, also ich probiere alles Mögliche, dass alle mich verstehen können. Und in diesem Video, ich komme mit dem vierten Investmentangebot von SomeMoney. Ihr könnt auch alle drei Investmentangebote auf YouTube mal anschauen. Erster war das passives Einkommen. Wie kann man passiv Geld verdienen mit SomeMoney? Der zweite Teil ist über eine aktive Form. Also wie kann man ein Geschäft mit SomeMoney aufbauen und aktiv Geld verdienen? Das dritte Investmentangebot ist ein Smart Digital. Es ist über AI, künstliche Intelligenz. Wie kann man investieren und die künstliche Intelligenz baut für dich ein Geschäft auf? Alles könntet ihr mal anschauen und jedes Paket, was SomeMoney bietet, man kann in jede Einsteigerung separat oder alles kaufen. Jeder muss selbst entscheiden. Ich habe alles vorgestellt oder ich zeige euch alles, wie das funktioniert. Und jetzt komme ich mit dem vierten Investmentangebot von SGBM Token. Dieser vierte Investmentangebot ist mehr für diejenigen, die das ein bisschen mit den Token, mit dem Krypto-Bereich auskennen. Und na klar, auch für diejenigen, die das eventuell jetzt anfangen möchten. Warum? Weil SomeMoney ist ein sehr innovatives Unternehmen und bietet eine sehr, sehr gute passives Einkommensmöglichkeit mit Token, mit dem HDBN-Grün-Token. Deswegen, ich stelle jetzt vor, wie das alles funktioniert, was ist überhaupt HDBN-Token und ihr könntet dann entscheiden, ob ihr Interesse habt oder nicht. Was ist HDBN-Token? Smart Digital Business Network. Eine sichere und innovative Investmentsmöglichkeit in erneuerbare Energie. HDBN ist ein bahnbrechender Token, der in einer Verbindung zwischen greifbaren Vermögenswerten und automatischer Wertgenerierung herstellt. Auf der Binance Smart Chain aufgebaut ist er mit der realen Solarenergie, es ist sehr wichtig nochmal zu erwähnen, es ist mit realen Solarenergie verbunden und wird von Smart Digital Business Network eine Abteilung der SomeMoney Solar Group herausgegeben. Mit einer erfolgreichen Bilanz im Bereich erneuerbare Energien stellt die SomeMoney Solar Group durch ihre etablierten Solarenergie Stabilität und Rentabilität sicher. Zugänglichkeit und Stabilität Der SBDBN-Token eröffnet eine breite Palette in Möglichkeiten, um von erneuerbarer Energie zu profitieren. Durch die Verknüpfung der Token-Werts mit realen Solarenergieanlagen bietet er eine stabile und sichere Investmentoption im Vergleich zu volatilen Alternativen. Darüber hinaus ermöglicht der automatisierte Wertgenerierungsmechanismus des Tokens ein konstantes passives Einkommen. Der SBDBN-Token ermöglicht es Einzelpersonen, Bruchteile der Kapazität zur Solarenergieerzeugung zu erwerben und revolutioniert das Vertriebsmodell im Bereich erneuerbarer Energie. Mit der Zunahme von Solaranlagen und Kapazitäten wird erwartet, dass der Wert des SBDBN-Tokens steigt und langfristiges Wachstumspotential für Tokeninhaber bietet. Der SBDBN-Token ist ein datensorientierter Web3-konformer Token konzipiert, der sichere und private Transaktionen in dezentralen Anwendungen ermöglicht. Durch die Unterstützung des Sektors erneuerbarer Energie, insbesondere der Solarenergie, trägt der Token zur globalen Umstellung auf nachhaltige Energiequellen bei und bekämpft den Klimawandel. Wie ich vorhin erwähnt habe, der SBDBN-Token 2 und warum sage ich SBDBN-Token 2? Es ist einfach SBDBN 1 wurde schon längst verkauft und momentan gibt es SBDBN 2. SBDBN 2 ist auf der Binance Smart Chain programmiert und hat eine Gesamtmenge von 400 Millionen Token. Jede SBDBN-Token 2 kostet 0,01 USDT, was ihn für Investoren zugänglich und wirtschaftlich macht. Die greifbare Absicherung des Tokens erfolgt durch die Kapazität zur Solarenergieerzeugung. Einzelpersonen können einen Brückteil bestehende, betriebsfähige und rentable Solaranlagen erwerben. Monatliche Stromverkaufe erfolgen im Namen der Tokensinhaber. Und SomeMoney AI reinvestiert einen Teil der Gewinne, um die Solarkapazität zu erhöhen und den Token Inhaber ein stabiles monatliches USDT-Einkommen zu bieten. Der SBDBN-Token wird vom Smart Digital Business Network, einer tockten Gesellschaft der SomeMoney Solar Group, herausgegeben. Die SomeMoney Solar Group verfügt über einen langjährigen Erfolgsbereich im Bereich erneuerbarer Energie und ist auf der Entwicklung. Ich muss hier nochmal erwähnen, ich habe in dem ersten Video alles gezeigt und vorgestellt, wie hat SomeMoney angefangen. Also ihr könnt ruhig auch den ersten Teil dieser Video mal anschauen auf YouTube. Der Fokus des Unternehmens auf Transparenz, Sicherheit und Datenschutz spiegelt sich im SBDBN-Token wider, der seine Mission verkörpert, den Kauf von Bruchteilen solare Kapazitäten zu ermöglichen und gleichzeitig Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu fördern. Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne, den HDBN-Token und die Breite der HDBN-Token-Familie. Darunter die Entwicklung einer privaten, Web3-fähigen, dezentralen Handelsplattform. SomeMoney zielt darauf ab, seine Solarenergie-Erzeugungskapazität weltweit auszubauen und sucht nach Zusammenarbeit und Partnerschaft in den Bereichen erneuerbarer Energie und Blockchain. Und ich habe schon erwähnt, HDBN1 ist ausverkauft. Momentan ist HDBN2, also man kann in HDBN2 investieren. Es kann passieren, dass wenn irgendjemand diese Video mal anschaut, dann eventuell die HDBN2-Token sind auch schon verkauft. Aber ich denke persönlich, dass die SonMoney baut weiter auf und SonMoney möchte unbedingt bis 10, also HDBN10 aufbauen, also die Tokens. Und momentan, SonMoney plant auch im Frühjahr 2023 HDBN3-Token im Wert von 10 Millionen USD herausgeben, um sein digitales Geschäftsmodell weiter aufzubauen. Und als Fazit nochmal, SonMoney Solar Group bietet eine bahnbrechende Investmentsmöglichkeiten in Solarenergie, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, an der grünen Energiewende teilzunehmen. Durch seine Community Solar Programme eSolar Pakete und die Smart Digital Investment Option bietet SonMoney eine Vielzahl von Möglichkeiten für Investoren, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen und dabei Rendite aus ihren Investitionen zu erzielen. Mit seinem Engagement für erneuerbare Energie und seinem innovativen Ansatz prägt SonMoney die Zukunft der Investitionen in Solarenergie. Also lohnt sich noch heute einzutreten oder lohnt sich noch heute in SonMoney einzusteigen, investieren, Geschäft aufbauen. Ich denke persönlich, SonMoney bietet für jeden irgendetwas. Wie ihr seht, SonMoney bietet so viele Möglichkeiten, auch im Kryptobereich. Eins muss ich noch erwähnen über Tokens, über alles was im Kryptobereich ist. SonMoney bietet eine einzigartige Chance, weil alle Projekte oder meist Projekte, wenn ihr im Kryptobereich seid, ihr wisst auch, dass so viele Token sind im Geschäft oder so viele Token wird angeboten. Und manchmal wissen wir nicht mal, was überhaupt dieser Token ist. Was macht er überhaupt? Aber hier bei SonMoney, ihr könntet in der Webseite bei SonMoney mal anschauen. Da gibt es auch über Tokens die White Paper, was sehr wichtig ist. Also die haben auch die White Paper. Könntet ihr ruhig lesen. Und eins müsst ihr wissen, wenn ein White Paper, was im White Paper steht, das muss auch anbieten, das Unternehmen. Es ist offen, jeder kann lesen. Diese STPN Token haben einen realen Wert, also echtes Wert, eine Benützung. Also sie produzieren Strom, sie produzieren Energie und diese Energie wird verkauft. Und deswegen, die STPN Token generiert ein passives Einkommen für jeden Mensch. Weil es kostet einen Brückteil, also 0,01 USDT Token. Und am Ende dieser Video, dieser Teil vom vierten Investment Angebot, ich muss nochmal erwähnen, wenn ihr Interesse habt, mehr zu erfahren. Egal ob nur Solarpakete kaufen möchtet, passives Einkommen zu generieren oder möchtet ihr ein Geschäft aufbauen? Oder eventuell möchtet ihr mehr erfahren über künstliche Intelligenz und SunMoney. Oder das vierte Investment Angebot, was ich gerade vorgestellt habe. Der STPN Token, der grüne Token. Unter diesem Video und in allen meinen Videos findet meine Kontaktdaten. Und ihr könntet mich kontaktieren und ich erkläre euch alles über SunMoney. Ich stelle euch vor, wie kann man einsteigen, wie kann man investieren und wie kann Geld verdienen. Passives Einkommen mit erneuerbarer Energie, mit der Hilfe von der Sonne, wenn wir nachdenken. Zum Schluss, wie immer, ich wünsche euch, dass die Sonne macht euch glücklich und reich. Macht's euch gut!